Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ich habe ja schon erzählt, dass das Jugendamt Alp-Donau-Kreis bzw. das Landratsamt dahinter sich vor dem Verwaltungsgericht Siegmaringen seit zwei Jahren sträubt, die Akten zu meinem Fall rauszugeben. Ich habe vor dem Verwaltungsgericht Siegmaringen beantragt, dass das Jugendamt bzw. das Landratsamt unterlassen muss, zu behaupten, ich würde meine Kinder schädigen, gefährden, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Diese Gefährdung ist natürlich völliger Quatsch. Fr. Artikel 18 in der Kinderrechtskonvention Absatz 1 sagt, dass die Vertragsstaaten darauf hinwirken sollen, dass Kinder von beiden Eltern erzogen werden. Also kläre ich meine Kinder hier nur über ihre Rechte auf. Aber für das Jugendamt Alp-Donau-Kreis gelte ich deshalb als Gefährder, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell geredet habe. Und in dieser Unterlassungsklage, die jetzt schon seit zwei Jahren läuft, geben die vom Jugendamt einfach nicht die Akte raus. Und ich habe hier schon erzählt, da haben Sie jetzt beim Gericht angefragt, ob es denn okay ist, wenn Sie nur einen Teil der Akte oder Geschwärts abgeben. Da hat das Gericht dann mehr oder weniger gesagt, müsst ihr selber entscheiden. Aber jeder Jurist weiß, das geht nicht. Also das Gericht muss ja einen Weg in die komplette Akte haben. Rechtsstaatlich muss das Gericht wissen, was da drin steht. Und das Jugendamt hat jetzt mitteilen lassen oder hat dem Gericht, Vorarlungsgericht mitgeteilt, dass es beim Sozialministerium von Baden-Württemberg eine Sperrerklärung einholen will. Das heißt, das Sozialministerium müsste dann entscheiden, ob denn die Akte rausgegeben werden darf oder nicht. So eine Sperrerklärung ist etwas, zum Beispiel, wenn jemand jetzt die Akte von einem Atommeiler will, dann werden die nicht herausgeben aus Sicherheitsbedenken. Ich meine, die Atommaler werden jetzt ja abgeschalten. Von daher ist das wahrscheinlich bald möglich, da die Akte zu kriegen. In Jugendamtssachen ist es eigentlich eher unüblich. Und soweit ich weiß, da würde ich auch gern von euch wissen, falls ihr euch da auskennt, vielleicht schaut euch noch ein Anwalt zu. Es geht ja um die Akten des Jugendamts zu dem Gerichtsverfahren. Und das Sozialministerium könnte zwar so argumentieren, dass es sagt, dass da persönliche Daten, ja Sozialdaten Dritter drin sind in der Akte und deshalb die gesperrt wird. Aber ich habe einen Beschluss gesehen, wo das ein Oberverwaltungsgericht, glaube ich, war es, entschieden hat, dass es kein Argument ist. Weil ja der Vater in dem Fall, ja und ich im Fall des Jugendamts Alp-Donau-Kreis, ich bin ja kein Dritter, sondern ich bin Beteiligter in dem Verfahren vor dem Familiengericht. Und deshalb zieht dieses Argument nicht mit den Sozialdaten, mit den persönlichen Daten, die zu schützen seien. Und deshalb müsste die Akte rausgegeben werden. Ich kann mir vorstellen, dass es bei uns genauso laufen wird. Und ich denke, die ganze Aktion dient nur dazu, das Verfahren noch weiter zu verzögern, die Akte noch länger nicht rausgeben zu müssen. Und meine Vermutung ist, das Sozialministerium wird dem Landrat Heiner Schäffel den Gefallen tun, dass die die Speerklärung machen, weil von dem her, was da drinsteht, beziehungsweise nicht drinsteht, kann man sehr gut ableiten, dass man mich mit meinen Kindern politisch erpresst, weil ich mit denen über das Wechselmodell rede. Und man will das nicht. Also der Kreis hier, der Donau-Kreis ist CDU geführt, die CDU ist gegen das Wechselmodell. Meiner Ansicht nach versucht man hier seit jetzt schon vier Jahren, mir drei meiner vier Kinder zu entziehen, weil ich eine Meinung habe, die der CDU nicht gefällt hier im Kreis. Und das kann man halt aus der Akte, ich denke, sehr gut herauslesen, vor allem wegen dem, was nicht drinsteht. Es wird da keine Tatsachen geben, keine Anhaltspunkte, dass da eine Gefährdung besteht. Kann auch gar nicht sein. Räger Blödsinn. Also das Sozialministerium, denke ich, wird da diese Speerklärung geben, damit sich das Ganze noch verzögert, weil dann muss ich entsprechend dagegen vorgehen und das Gericht muss dann darüber entscheiden, ob die Sperrwirkung tatsächlich dann Wirkung entfaltet oder nicht, bla bla. Also aus meiner Sicht reine Verzögerungstaktik des Landratsamts Alp-Donau-Kreis. Und so ganz nebenbei leiden halt vier Kinder, weil die drei Jüngeren sehen mich ja nicht. Die Ältere sieht ja ihre Geschwister nicht bei ihr zu Hause, also bei mir, wo sie ja lebt hauptsächlich, sondern nur bei ihrer Mutter, wo ich sie auch gerne hinlasse. Ja, das ist so der Nebeneffekt, dass da vier Kinder leiden, weil ich ein Andersdenkelter bin und eine andere Meinung habe. Na ja, also wenn ihr euch da auskennt, lasst mich wissen in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Freunde der demokratischen Erziehung. Ciao, ciao.